Hallo mein Name ist Tom vom Kanal MOTORM78 und ich stelle euch heute mein Kanal des Monats Dezember vor. Auf dem Kanal den ich euch vorstellen möchte findet ihr Vlogs, Interviews und Kurzfilme und manchmal auch sehr sehr drechige Kurzfilme. Die Produktionen sind alle sehr professionell gemacht. Bei diesem Kanal merkt man wie sich die Videos immer weiter verbessern. Auch das Equipment ist immer professioneller geworden. Ich persönlich bereue es auf keinen Fall diesen Kanal abonniert zu haben. Mein Kanal des Monats ist 384 Deluxe Die Kurzfilme zählen meiner Meinung nach mit zu den besten die man auf YouTube zurzeit zu sehen bekommt. 348 Deluxe ist ein Kanal den mehrere YouTuber zusammen betreiben. Zum einen der Carlos, dann der Reini, den wir gerade hier im Interview zum WVGOTIC treffen sehen. Ich weiß nicht, was so ein WVGT Besucher im Allgemeinen in seiner Freizeit oder im Privatleben macht. Aber was macht ihr denn so wenn ihr nicht gerade so hier rumlauft zum normalen Leben? Also im anderen Leben sagen wir es mal so. Und von Hexabout der immer sehr schöne Hintergrundmusik und Hintergrundsounds macht. Die drei haben alle auch einen eigenen Kanal. Das Vorbeischauen lohnt sich da auf jeden Fall auch einmal. Also wer den Kanal von 348 Deluxe noch nicht kennt und noch nicht abonniert hat, der macht das jetzt am besten. Das war mein Kanal des Monats 348 Deluxe. Ich hoffe euch gefällt der Kanal genauso gut wie mir und sag jetzt Tschüss. Das war mein Kanal.